Ja, so verwirrend sieht das bei mir hier auf dem Desktop aus. Es geht um ihn hier. So, ich gucke immer da hin, weil da sehe ich mich jetzt gerade mal. Wenn ich da, da steht die Kamera. Da steht der Joystick. Der ist nicht mal voll im Bilde. Das macht gar nichts. Der ist so riesengroß und so hässlich. Ich hebe die Kamera nachher mal hoch und stelle sie da hin. Die ist jetzt mit dem Magnetsonkel da unten befestigt. Äh, ja. Ich wollte euch zeigen, was ist das? Also, zunächst mal, Force Feedback. Force Feedback, das war immer so das, ich kenne Force Feedback hier vom Lenkrad. Ich habe hier gerade eins angeschraubt. Seht ihr, ne, könnt ihr hier auf der kleinen Kamera unten in der Ecke sehen. Ne, da habe ich jetzt gerade das Lenkrad wieder angebaut, weil ich habe den Yoke jetzt gerade abmontiert. Weil ich fliege jetzt ja mit Joystick, weil ich ja Force Feedback im Joystick habe. Und ein Force Feedback im Joystick ist viel billiger als ein Force Feedback im Yoke. Und ich muss jetzt erstmal rausfinden, ob ein Force Feedback in einem Joystick für mich besser ist, als kein Force Feedback in einem Yoke. Ja, ich weiß, das ist verwirrend. Ihr müsst auch zwischen diversen Kameraperspektiven wählen. Eine kommt von hier hinten, eine kommt von da vorne und eine kommt hier von der Seite. Ja, das Ding verschwindet gleich, dann sehe ich mich selber nicht mehr. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil ihr seht ja die ganzen Kameraperspektiven weiterhin. Also, so, der muss auch weg. Jetzt haben wir hier also ein Fluchzeug. Ihr seht, ich habe heute mal kein Headtracking aktiviert, weil wir brauchen es nicht. Na, ich kann ja also mit der Maus heute mal alles machen. Ja, Joystick. Warum überhaupt? Videos über den Sidewriter gibt es erstaunlich wenige. Und die reichen allerdings völlig aus, dass ich nicht auch noch irgendwie ein, der sieht so aus und der hat folgende Knöpfe. Und überhaupt ist der sehr schick, was übrigens auch gar nicht ist. Er ist pottenhässlich. Das Ding ist irgendwie ein Design von vor 20 Jahren und er wird auch seit gut und gern 10 Jahren gar nicht mehr hergestellt. Aber er wird bei Ebay für praktisch nicht unter 100 Euro gehandelt. Und er wird gut gehandelt. Also es ist nicht so, dass es keine mehr davon gäbe. Es gibt sie noch, aber nur noch gebraucht. Und die Leute reißen sich offensichtlich da rum. Ja, anscheinend gibt es ansonsten keine ähnlich bezahlbaren Joysticks. Also um die 100 Euro muss man für so einen albernen Joystick rechnen. Klack, 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 klack. Ja, ihr seht, ein zufälliger Zusammenhang zwischen Joystick und einem anderen ist. Was ist ein Force-Feedback-Joystick? Also wer sich mit einem Force-Feedback-Lenkrad schon mal rumgeschlagen hat, der weiß, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn ich einen Motor anwerfe, dann fängt das Lenkrad schon an zu rappeln. Und zwar nicht so wie beim PS4-Controller, wo so ein kleines ungewichtiges Motorchen losliegt, sondern der knallt dir die Hände von rechts nach links. Da ist richtig Power drin. Deswegen hat dieser Joystick auch einen Stromanschluss. Also einen richtigen Netzstecker, weil da sind schon Kräfte am Werken. Vielleicht nicht ganz so viel bei mir, bei meinem Force-Feedback hier, Lenkrad, aber auch im Joystick geht was. Es ist jetzt nicht so die Offenbarung, wie ich es normalerweise vielleicht erwartet hätte, weil beim Lenkrad hat es mich total umgehauen. Aber immer noch, es gibt riesige Unterschiede, Force-Feedback, Joystick oder nicht. Ich erzähle euch jetzt erstmal alles, was ich fühle. Vielleicht mal ganz wichtig vorweg, als er hier endlich ankam und ich ihn angeschlossen habe, stellte ich fest, X-Plane 11 unterstützt keine Force-Feedback-Endgeräte. Na toll. Dann habe ich irgendwann mal nachgelesen, weil mir war so, als hätte ich genug Leute mit einem Force-Feedback auch bei X-Plane gesehen bei YouTube. Und tatsächlich gibt es ein Plug-in, also Payware, das 10 Minuten in der Testphase läuft und dann muss man es sich für 10 britische Pfund erwerben. Ich habe es ausprobiert. Oh ja, funktioniert. Auch bei X-Plane 11, obwohl es wahrscheinlich für 10 irgendwann mal geschrieben wurde. Und ich habe es auch für 10 euronische Goldrandtaler, das war jetzt 10 Pfund, käuflich erworben, weil ich mir gesagt habe, sie haben es, ich brauche es. Das sollen mir dann die 10 Pfund auch wert sein. Die bieten schließlich eine Gegenleistung dafür. Funktioniert auch sehr schön. Ich kann euch jetzt leider nicht das Plug-in zeigen, hier also die Settings, weil da wird meine Seriennummer eingeblendet. Und so locker man Seriennummern auch sehen kann, das ist zufällig meine und ich möchte nicht, dass die Bundeswahl die Runde macht. So, ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal los und ich erzähle euch, was passiert. Erstmal, gar nichts. Also ihr seht hier, es gibt keine Sprungfeder, die das Ding in der Mitte hält und das ist auch der größte Vorteil dabei. Boah, so. Wenn ich jetzt, hier vorne ist eine Lichtschranke drin. Wahrscheinlich eine Infrarotlichtschranke. Wenn die nicht gedrückt ist, kriegt er auch keinen Strom, spart Energie. Wenn ich jetzt hier anpacke oder auch nur mit einem Finger hier das Loch abdecke, dann lässt er sich kaum noch bewegen, beziehungsweise jetzt im Moment fällt er nach vorne. Also ich drücke ihn nicht mit dem Finger nach vorne, sondern er fährt deswegen nach vorne, weil der Motor ist ja noch aus, das Höhenleit hinten hängt einfach runter und zieht damit Joke oder Joyce logischerweise nach vorne. Das ist also völlig korrekt. Wenn ich jetzt die Maschine anschmeiße, so, ihr hört jetzt nichts vom Motor, das ist auch richtig. Nein, es könnte sein, dass ihr was vom Motor hört, aber ich nicht, weil ich habe den Stecker vom Kopfhörer gar nicht reingestöpselt. Ich brauche ihn jetzt im Moment nur wegen des Dings. Egal, wenn ihr den Motor hört, ist gut, wenn ihr keinen hört, ist auch gut. So, jetzt gebe ich mal tüchtig Gas. Ich drücke nicht am Joystick, sondern ich halte wirklich nur den Finger drauf. Ja, ist doch klar, der Motor zieht an und der Wind drückt hinten das Leitwerk hoch, also kommt der Joystick entsprechend mit. Dass er jetzt rappelt, nicht daran, wir rollen hier rum. Ja, und jetzt rollen wir auch von der Startbahn runter, deswegen wird der Untergrund ein bisschen ruppig. Ich versuche jetzt mal, ach, ich habe ja sogar Pedale unten angeschlossen. Ich versuche jetzt einfach mal zu starten. Ob ihr Ton hört, weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen, wenn nicht, so be it. So, jetzt merke ich den Druck nach hinten. Na komm, starte. Mal gegensteuern. Ja, jetzt klappern wir hier über häuperigen Fußboden. Ist immer weniger, weil die Mühle wird immer leichter. Da haben wir 60 Knoten drauf. Jetzt merke ich, jetzt ist sie fast ohne Bodenkontakt. Jetzt kommt sie hoch. So, und jetzt gibt es auch kein Gerüttel mehr im Joystick. Was es jetzt gibt, ist der Winddruck der Flächen. Gibt mir jetzt Gegendruck. Also wenn ich jetzt steuere, dann habe ich rechts und links Druck auf den Flächen. Durch vor und rückwärts genauso. Das ist einstellbar, wie steif man das haben will. Es ist nicht so, dass ich wie bei einem normalen Joystick eine Mittelstellung habe. Also wo irgendwie alle Sprungfedern auf Null sind. Sondern hier wird der Druck ausschließlich durch die Software bestimmt. Wo bin ich? Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt ein bisschen Gegendruck geben muss, um gerade zu bleiben, heißt das, ich müsste normalerweise trimmen. Habe ich hier Trimm? Ja. Ich trimme jetzt einfach mal nach vorne. Schon auf den Joystick gelegt, oben aufs Hütchen. Und jetzt kann ich fast loslassen. Ja, jetzt bin ich praktisch für diese Geschwindigkeit ausgetrimmt. Ich habe die Hand jetzt nur noch hier dran. Ich kann sie auch wegnehmen. Nur wenn ich jetzt, der Joystick ist jetzt quasi ausgeschaltet. Wenn ich jetzt nach vorne tippe, fällt er nach vorne und die Mühle schmürt ab. Nehme ich ihn wieder in die Hand, haut er mir sofort wieder in die Handfläche zurück und sagt, da ist die Mittelstellung. Im Moment jedenfalls ist sie da. Seht ihr dieses Nachschaukeln der Hand? Das mache nicht ich, das macht der Joystick. Entweder ist der Joystick einfach, also relativ hart eingestellt und federt selber zurück. Oder es ist der Winddruck der Klappen, der mir jetzt so reinfedert und er gibt das nur wieder. Vorwärts und rückwärts passiert das eigentlich eher nicht. Was ich nicht habe im Joystick ist Motorgebrummel. Also der Motor brummt und brummt, da kommt am Joystick leider nichts an. Ich habe auch keine Einstellung gefunden, die Motorgebrummel übernehmen würde. Und was ich auch nicht habe ist, wenn ich jetzt auf Wolkenbruch und Windesföhn und generell Unwetter schalte, dann würden ja normalerweise die Windböen, die mich ständig umtosen, würden ja auf die Flächen wirken. Das gibt er nicht wieder zu meinem großen Leidwesen. Das heißt also, dass er nicht das wiedergibt, was beispielsweise ein Force-Feedback-Lenkrad beim LKW-Fahren wiedergeben würde. Ähm, ich habe es ausprobiert. Äh, FSW läuft ab Werk auch nicht mit Force-Feedback. Ähm, der Aerosoft 2, wie heißt der noch? Doch, Aerosoft Flight Simulator 2, ne? Auch nix. Ausgerechnet der FSX, das meiner Meinung nach schäbigste Ding seit der Erfindung des Flugsimulators. Ich weiß, viele heulen wieder auf. Man muss nur 95 verschiedene Plugins reinbauen und dann schon sieht es recht nett aus. Mach ich vielleicht auch irgendwann mal, einfach um es auszuprobieren. Der ist ab Werk, macht der, äh, Force-Feedback. Aber soweit ich verstanden habe oder gefühlt habe, auch nicht mehr. Also der gibt mir auch keine Turbulenzen oder kein Motorgeldröhnen auf dem Joystick. Ich weiß, das ist einfach nicht vorgesehen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß wohl, dass X-Plane 11 war mal eingerichtet auf Force-Feedback. Allerdings die Version 9.3 oder sowas. Und danach haben sie es dann abgeschafft, vielleicht weil es keiner braucht, weil Force-Feedback zu teuer ist. Ich meine, so ein Force-Feedback-Yoke fängt ja unter 1.5 praktisch nicht an. Dann ist es aber zugegebenermaßen auch schon gleich ein recht guter. Und wie es bei den Joysticks aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht wollen auch viele von den Piloten mit Force-Feedback-Joysticks nicht fliegen, weil es halt ein Joystick ist. Ich tue mich auch schwer, eine B-17 mit einem Joystick zu steuern, während dann ein Yoke steht. Ähm, aber ich komme jetzt mal zu den Vorteilen. Ich habe es in der Vergangenheit schon gezeigt. Beim Landeanflug kommt es ja buchstäblich auf jeden Millimeter an. Und was der Yoke dann an Feinauflösung hat, zumindest hier der Cytec-Yoke, und nach dem, was ich so höre, gilt das wohl auch für die CH-Yokes in weniger schlimmer Ausführung, aber eben auch, Ähm, dass es gerade beim Pitch zu so Knacken kommt, ne, also so mal Puff, ne, und dann wieder Puff und Ruff und Ruff und also so ein Knacker halt, dass man eben sehr schwierig so millimeterweise steuern kann. Mit meinen Joysticks geht das. Ich habe hier einen stehen, das war der, den ich vorher hatte, fliegst du noch gerade aus? Naja, im weitesten Sinne. Huuuah! Huuuah! Oh Gott, ist der schwer zu erreichen hier! Huuuah! Jetzt hat er sich auch noch verkeilt! Ja! Das ist ein Logitech Extreme 3D Pro, den habe ich für 12 Euro bei E-Mail gebraucht gekauft und der hat eine Auflösung, von der der Cytec-Yoke nur träumen kann. Rolle ich hier gerade über Kabel rüber? Nein, so eine Fuge in den Fliesen. Schnapp! Das packt ihr wieder zu mir. Ähm, mäm, mäm, mäm. Euch fällt vielleicht auch auf, dass ich meine Instrumente hier, also von Rechtshandbetrieb auf Linkshandbetrieb umgebaut habe. Ein wesentlicher Nachteil eines Joysticks ist der, man kann nicht entweder mit der einen oder mit der anderen Hand steuern. Dann sind sie auch noch ergonomisch geformt, also man kann eigentlich nur mit der rechten Hand fliegen. Das ist im Grunde nicht so tragisch, weil ein Airline-Pilot, der muss auch mal rechts, mal links fliegen, ergo mit rechts oder mit links den Joystick bedienen. Und auch der Quadrant ist mal rechts, mal links. Also ich fliege dann halt jetzt als Co-Pilot sozusagen in der Landschaft rum. Sei es drum. Ja, die Frage ist jetzt, ist es jetzt besser, einen Force-Feedback-Joystick zu haben, der aber natürlich nur ein Joystick ist, oder ist es besser, einen Nicht-Force-Feedback-Yoke zu haben? Also eins kann ich sagen, es ist schon mal besser, oder nennen wir es mal präziser, mit einem Nicht-Force-Feedback-Joystick zu fliegen, als mit dem Yoke. Oder zumindest mit dem Cytec-Yoke. Ich vermute, es wird sich in ähnlicher Weise auch auf die CH-Jungs beziehen. Es gibt ja immer den CH-Standard und den CH-Eclipse. Und ich finde jetzt gerade raus, ist das Fliegen mit Joystick in Force-Feedback besser, als das Fliegen ohne Force-Feedback. Ich zeige euch jetzt mal herum. Ich mache jetzt einfach mal, ich habe keine Lust, einen Flughafen zu finden. Ich habe jetzt auch hier alles, meine ganzen Dingsbumse, nicht extra eingeschaltet. Das heißt, ich segle jetzt einfach mal eben runter und mache eine Landung. Und ihr könnt dann sagen, wie es mit der Auflösung bei der Höhe ist, also beim Pitch. Die Höfte sind relativ flach. Dafür ist das Geläuf uneben. Das werdet ihr übrigens gleich auch im Joystick sehen. Der kickt dann ganz ordentlich, wenn er Bodenkontakt hat. So, und jetzt guckt euch mal an, wie ich hier den Pitch auflösen kann mit dem Joystick. Und die X-Plane-Geschichte steht nicht etwa auf diese Feineinstellung, sondern das ist das direkte 1 zu 1. Und ihr seht, es ist überhaupt kein Problem, auf irgendeinem Acker zu landen. Dass der so haut, ist klar. Ich lande hier buchstäblich auf dem Acker, da schüttelt er sich halt. Sollte vielleicht auch mal bremsen, ne? Ja. Ja, auf so Grünzeug lässt es sich halt schwerer bremsen als auf einer Piste, deswegen braucht er hier ein bisschen länger. Und ihr merkt, ich merke hier jede Ackerfurche, das schüttelt halt tüchtig. So. Die Steuerhaut mit dem Joystick ist deutlich präziser. Gut, ein Joystick vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe da wenig Vergleichsmöglichkeiten. Mit einem guten Joystick, auch mit dem Logitech, ist um ein Vielfaches genauer als die mit dem Sci-Tec-Yoke. Das Problem ist jetzt, ich habe mir den CH-Eclipse-Yoke angeguckt, der soll im Pitch deutlich besser sein. Der soll aber an anderer Stelle wieder Probleme machen. Ein richtig guter Yoke, ohne Force-Feedback, liegt denn auch schon wieder, also ich glaube unter 600 Euro braucht man gar nicht gucken. Man muss eher 800 bis 900 Euro für einen ordentlichen Yoke rechnen. Da setzt bei mir so der Punkt ein, der sagt, also wenn ich für eine Hunni einen präzise arbeitenden Joystick mit Force-Feedback kriege, dann sehe ich noch nicht so wirklich ein, dass ich fast 1000 Euro für einen normalen Yoke ausgebe, geschweige denn 1500 für einen Force-Feedback-Yoke. Ja, ich denke mal, wir fliegen die Kiste jetzt einfach mal eben hoch und ich schalte auf Autopilot und dann zeige ich euch das mit der Kamera noch ein bisschen genauer. Dazu muss man glaube ich diesen Hebel drücken oder noch auf einen anderen Hebel drücken und dann fängt das Ding an zu fliegen oder so. Behaltet den, ich mache mal nur den Finger drauf hier. Wird gleich immer weniger, weil es wird immer lockerer nach unten hin. Da war noch eine Furche, eine Ackerfurche. Sollte ich mal ein bisschen anlüpfen, sonst ditschen wir gleich in diesen Hügel da vorne rein. Und dann haut er mich, weil wenn man abstürzt, das kriegt man auch zu spüren. Und natürlich, man merkt auch, wenn das Vorderrad abhebt, dass dann die Steuerung nicht mehr so reinknallt. Obwohl es ja eigentlich, die Steuerung müsste ja eigentlich in die Fußpedale reindengeln. Tut es aber nicht, weil er weiß ja, ich habe kein Force-Feedback-Rutter-Pedal. Also blendet er die Signale da auch ein und ich finde es ganz schön, ehrlich gesagt. Je mehr geschüttelt, desto mehr Erlebnis. So, ich mache jetzt mal eben von Autopiloten an. Höhe, Geschwindigkeit, Richtung. Brauche ich mich da schon mal nicht mehr drum zu scheren. Sollte ich mal eben gucken. Ach du je. Ich muss ja erstmal hier mein Ding ins Kirchen anwerfen, damit ich den Bug des, ähm. Ach, er braucht seine Zeit, aber er kommt gleich. Ja, das zeige ich euch gleich nochmal mit der Kamera das Ding als Ganzes. Weil für einen Joystick ist das Ding schon ganz schön wuchtig. Und hässlich. Es ist halt Design von vor 20 Jahren. Also er hätte auch in den 80ern sein können. So sieht das Ding jedenfalls aus. Komm, indizisiere dich, Air Manager. Er braucht halt immer ein bisschen. Ja, jetzt fängt er an. Baut sich auf. Und siehe da, und dann kann ich auch den Bug hier wunderbar sehen. Der Bug des gebauten Autopiloten hier. Richtung ist Schiedigroll. Wir sind hier in Niedersachsen. Da ist alles flach. Und die Höhe würde ich vorschlagen, halten wir einfach. Pitch, Sync, sondern Vertical Speed und Vertical Speed. Bleiben wir einfach bei 2500 Fuß. Ja, so, jetzt fliegen wir rum. Jetzt kann ich euch mal die Kamera losreißen. Ich sehe jetzt nicht, was die Kamera sieht. Das heißt, ich sollte hier vielleicht die S einblenden, damit ich weiß, wohin ich die Kamera eigentlich halte. Dieser Magnetsockel klebt wirklich sehr gut. So, ähm, ja. Ich war, da ist er. Das riesige, klobige Dings da, ist der eigentliche Joystick. Knöpfe hat er oben drauf. Einen hier, einen hier, einen hier. Ein Hütchen, einen Trigger und vier Knöpfe hier. Kann man also nicht vergleichen mit den heutigen Joysticks, die also ungefähr eine Million Knöpfe haben. Und 15 verschiedene Regler. Hier dann natürlich den üblichen Gasregler noch, der bei mir aber gar nicht angeschlossen ist. Gas gebe ich hier mit meinen großen Dingsbumsen. Mal gucken, ob man die Lichtdiode sehen kann. Ich glaube nicht. Noch so ein bisschen. Kamera kann sie erkennen. Mit bloßem Auge ist der lila Punkt nicht zu erkennen. Da ist noch ein Lemmy, das einem anzeigt. Ja, er hat Strom. Und wenn ich ihn jetzt so rumbaumeln lasse, baumelt er nach überall. Und erst, wenn ich ihn hier unten anpacke, wieder Strom und... Das zum Beispiel jetzt ist kein Stickshaker, sondern ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass ich ihm gesagt habe, wenn der Autopilot an ist, leiste ordentlich Gegenarbeit. Also wenn ich jetzt hier drücke, ich muss ordentlich drücken. Weil der Autopilot gegensteuert. Und das ist so stark, wenn keine Hand drin ist, dann schlackert er offensichtlich. Wenn ich zu langsam fliege, müsste er allerdings auch einen Stickshaker anschmeißen. Vorausgesetzt, die Maschine hat einen Stickshaker. Also ich finde jetzt ja gerade, wenn der Cessna, die hat natürlich keinen. Ich probiere das jetzt mal zu provozieren. Ich gehe hier jetzt mal eben wieder raus, dass ihr freie Sicht habt. Jetzt nehme ich einfach Gas raus. Ich kann auch den Autopiloten einfach abschalten. Und Gas rausnehmen. Und jetzt ziehe ich mal hoch. Mal gucken, was der Joystick dazu sagt. Ich höre jetzt keinen Ton. Das heißt, ich höre auch keine Pfeife, keine Strömungsabrisspfeife. Stickshaker? Nein, ich kriege keinen Stickshaker. Das müsste ich ausprobieren mit einem Airliner. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Aber wir können das einfach mal tun. Die Zeit müssen wir uns dann eben mal nehmen. Auch wenn wir jetzt abstürzen. Wer hat einen Stickshaker? Die MD82 hat bestimmt einen Stickshaker. Die nehmen wir einfach mal. Ich merke die sowieso, die Mühle. Wat? Achso. Ja, ignorier das mal. Weil die MD82 habe ich länger nicht geflogen. Die steht also noch auf einem anderen Profil, in dem dieser Joystick gar nicht vorkommt. Ja. Rums, da sind wir. Jetzt ein anderes Profil nehmen. Das sinnigerweise, um es auch nicht zu verwechseln, Force Feedback heißt. So, dann. Starten wir die Kiste. Ich weiß, das braucht jetzt alles einen Augenblick. Dann muss ich sie ja auch noch vom Boden kriegen, damit der Stickshaker eine Chance hat, Sticks zu shaken. Aber ich würde sagen, wir fliegen einfach mal los. Mit der Bremse ist los. Gibt wir überhaupt schon so weit hoch? Ja, ich glaube ja. Okay, probieren wir das mal. Schwaps. Das ist das erste Mal, dass ich einen Airliner mit dem... Oh ja, es rappelt ordentlich im Boden. Oh, was haben wir hier? 80 Knoten. Da ist eine Brücke. Kollision mit Beuten ist, glaube ich, abgeschaltet, aber nicht mit solchen Strukturen. Ah, wir kommen hoch. Äh, komm höher. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Äh, oh, ich glaube, das hat eben gehauen. Hinten drin. So. Also irgendwas schägt jedenfalls Sticks wie wild. Ich fahre das Fahrwerk... Oh, das ist Fahrwerkunruhe jetzt. Ich fahre das Fahrwerk jetzt ein. Es wird immer weniger. Und jetzt ist das Vibrieren weg. Ah ja, also bei der Cessna hat das nicht gemacht. Da gab es keine Unruhe im Fahrwerk. So, und jetzt werde ich einfach mal... Ihr seht, ich muss den Joystick ganz schön nach vorne knüppeln, weil die Kiste zieht gewaltig. Dann nehme ich jetzt mal Gas raus und lasse ihn nach oben kommen. Dann gucken wir mal, ob er einen Stickshaker macht. Oh, 160. 150. 140. 130. 120. 110. 105. Oh, 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 oh. Und ob er einen Stickshaker macht. Holla, die Waldfeld. In der Sekunde, wo hier die Stallwarning anging, fing der an zu rütteln. Also das funktioniert schon mal ganz eindeutig. Dann gebe ich jetzt mal ordentlich Gas, knüpple das gute Stück nach oben, bisschen Höhe gewinnen. Und dann machen wir mal einen ungesunden Sturzflug und mal gucken, was er dazu sagt, ob er anfängt irgendwann zu rütteln. Dass die ganze Kiste anfängt zu schlackern. Das ist immer etwas, was ich bei Flight Sim World sehr schön fand. Wenn man zu schnell wird, fängt die Mühle erstmal an zu rütteln und zu schütteln, bevor irgendwas abfällt. Während hier sagt er nur irgendwann, ja, du fliegst zu schnell und dann puff, sind Teile weg und du bist tot. Und, ja, mal gucken, vielleicht macht er das ja auch hier. So, 5000 Fuß haben wir schon. Steiggeschwindigkeit ist sehr beruhigend. Ansonsten, ja, doch, der Druck auf den Flächen ist spürbar. Inwieweit das bei einem Flugzeug mit Hydraulik überhaupt normalerweise der Fall wäre, kann ich nicht sagen. Dann gehen wir jetzt mal in den Horizontalflug, um ordentlich Fahrt aufzunehmen bei Vollgas. Ja, man sieht, das liegt an den Wolken. Das kühle Nass dringt uns hier nicht in die Fahrgastzelle. 250. Und noch mehr. Forsche hier. So. Kommen wir auf die 300 zu. 335 oder 340, so um den Dreh, müsste Ende Gelände sein. So, ich muss die Knüppel schon ganz schön nach vorne drücken bei der Geschwindigkeit. Geht noch mehr. Und dann gehen wir gleich mal in den Sturzflug und mal gucken, was er ist echt. Noch mehr. 400. Knapp 400 Knoten. So, Sturzflug. Ein. You crashed. Ja, you crashed, weil ich einfach nur die maximale Geschwindigkeit überschritten habe. Ohne Vorwarnung. Dafür kann der Joke nix. Aber einen Stickshaker, den kann er. So, wenn wir jetzt genüsslich zu Boden taumeln. Ähm. Tja, was sag ich jetzt für ein Fazit? Ich finde die Technologie zumindest interessant. Ich werde das einfach jetzt mal ausreizen. Der große Vorteil ist zum Beispiel, wenn ich den Joke, der steht jetzt noch da. Und zwar ist auch angeschlossen. Weil ich habe den Quadranten ja noch im Gebrauch. Und ich habe keinen Einzelquadranten. Und ich kaufe mir auch keinen, bevor ich nicht sicher bin, was ich eigentlich wirklich will nachher. Und deswegen habe ich jetzt noch den Joke mitsamt Quadrant angeschlossen. Der Witz ist, wenn man hier keinen Quadranten mehr hat, kann man das Steuer wieder anschließen. Das Force Feedback Lenker hat. Ich kann wieder Träger erfahren und so. Ich muss nur unten die Pedale austauschen logischerweise. Die habe ich jetzt festgeschraubt auf dem Brett, das ich an der Wand stellen kann. Und dasselbe mache ich auch mit den Burschen. Ja. So, eine Menge Blabla wieder mal. Mal gucken, wie das Ganze von außen aussieht. Ja, das ist eine meiner typischen Landungen. So kennt ihr mich. Ich bin gerne draußen im Grün in der freien Natur. Verpeste sie nach Kräften. Aber immerhin ist es ein schönes, einsames Eckchen. Da stört man niemanden, wenn man Flugzeuge verbrennt. Gut. Ja. Jetzt seid ihr hoffentlich schlauer. Wie gesagt, warum mache ich überhaupt so ein Video? Ja, weil es auf Deutsch irgendwie keine anderen vernünftigen Sidewinder-Videos gibt. Wichtig, wenn ihr euch einen zulegen solltet. Es muss sein, der Microsoft Sidewinder Force Feedback 2. Es gibt ein Microsoft Sidewinder Force Feedback ohne die zwei dahinter. Ist nicht dasselbe. Finger weg. Das sieht man auch sofort an den E-Mail-Preisen. Der ist um vielfaches billiger. Dann gibt es noch irgendwie Microsoft Sidewinder High Definition oder so ähnlich. Also so oder so. Passt drauf auf. Es muss hier wirklich draufstehen Force Feedback 2. Und unten drunter ist, glaube ich, ein großes Dings da. So ein großer Apparillo hier. Und wenn ihr also nicht ganz sicher seid bei dem Verkäufer. Weil viele sind natürlich gewillt, selber das nicht so ganz genau zu sehen mit dem. Ja, wie heißt er denn nun korrekt? Ist das wirklich der Teure oder ist das halt irgendein Billiger? Aber es steht auch nochmal auf dem Gehäuse drauf zur Sicherheit. Äh. Äh. Ja, da steht. Force Feedback 2. Das ist wichtig. Ja, er ist hässlich. Und nein, ich fliege nicht mit Steuerrad. Das macht doch keinen Sinn. Ein Yoke. Ein normaler Yoke wie der SciTech Yoke. Die haben alle nur 45 Grad Ausschlag zu jeder Seite. Das ist schon der erste Fehler. Ein echtes Flugzeug hat 90 Grad zu jeder Seite. Also 180 Grad gesamt. Ein Lenkrad hat um einiges mehr, wie ihr seht. Hier ist da ein Anschlag. Und auch die Motore, die hier am Wirbeln sind, um einem das Lenkrad um die Finger zu hauen, sind um einiges stärker. Ja Gott, so ist es halt, ne? Technik. Lauter Technik. Ich hab hier ganz viel Technik. Alles total billig, weil selbst gemacht oder eben aus der Trümmerkiste zusammengesammelt. Wollte mich ja auch mal irgendwie ne Kamera so hinstellen, dass man die Tablets nochmal einblenden kann. Aber ich fürchte, das ist dann erstens Überfrachtung der ganzen Geschichte. Und zweitens wird es dann auch langsam irgendwann teuer. Und teuer möchte ich ja immer vermeiden. Ihr kennt das ja bei mir, ne? So. Ähm. Sichtig aufsetzt und klack, sagt der Magnet. Gut, dass ich da noch so ne Gummimatte drunter geklebt hab. Sonst pappt er sich da richtig fest. Das war's. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, es interessiert überhaupt noch irgendjemanden. Und dann fliege ich da mit mal rum und gucke, wie es wird. Ciao. Hopf. Da. Könnte ich auch einen Joystick-Knopf mit belegen, ne? Streaming starten, Streaming stoppen. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Was man Tastatur kann man belegen. chilling. Ja. So, ja. Und dann ist das, was ich glaube, das Kasteil. Untertitelung des ZDF, 2020